Ja, vielen Dank für die erste Frage. Die Antwort kann man vielleicht ganz gut zusammenfassen mit dem Satz, der ganz oft in meinem Elternhaus fiel. Du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst sie besser machen. Und ich finde, dass meine Eltern da absolut recht haben. Denn vom irgendwie wütend ins Internet was hacken oder beleidigt in der Ecke stehen, wird nichts besser. Darum habe ich eigentlich schon früh mich in den unterschiedlichen Kontexten engagiert. Ich war Schülersprecherin, ich bin auf Anti-Nazi-Demos gegangen. Und irgendwann war dann für mich der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mal schauen, wie die Arbeit in einer Partei so abläuft. Und dann bin ich zu den Grünen gegangen und habe es bis heute nicht bereut.